Vielen Dank für die Überreichung dieser Awards. Er gilt nicht nur stellvertretend für mich, für die ganze Arbeitsgemeinschaft TM. Unsere Kunden erleben die Marke TM in unseren Mitarbeitern, bei unseren Kollegen in den Filialen und das macht letzten Endes die Stabilität und die Glaubwürdigkeit der Marke aus, in dem Maße, wie sich unsere Kollegen in den Filialen mit dem Unternehmen, dem Drogeriemarkt identifizieren können und authentisch dort erleben. Untertitelung des ZDF, 2020